Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK4DUR. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Wir gehen nochmal zu direkt vorbei und schluchten. Mr. Mantis. Hm? Der Bielteam? Ach, das ist lecker Mantis. Hm, okay, dann wartet noch was von mir, weil ich würde da gerne mitgehen. Äh, tippet ihr schon? Nein. Nö. Gut, dann wäre ich jetzt aber böse. Ich schluchte hier noch ganz viele Mantis ab, damit ich keinen Obsidian fahren muss. Mantis. Mantis. Ja, ich brauche noch ca. 100 Polymer. Ich glaube, das habe ich sogar schon. Die troppen auch wesentlich. Ich habe 60. Die Mantis troppen auch wesentlich mehr als die Pinguine. Das stimmt. Ja, gehen wir zu den Raiwands. Ja, Sekunde, ich bin gleich da. So, Luca. Dann gebe ich dir mal dein ganzes Polymer. Ja, du kannst dir in das... Da habe ich sogar mal eine Flinze, die würdig ist, auf die zu schießen. Du musst alles in das Ding rein, was wir haben und dann sonst... Hast du das organische Polymer von den Schränken raus? Nee, oder? Ja, nee, das habe ich mit dazu gezählt, aber das kannst du mit reintun schon mal. Das hat aber noch nicht gereicht bisher. Aber wenn du jetzt deins noch dazu tust, dann soll das reichen. Wie lange nur Louis Gold? Ja, 60 oder so. Ja, das reicht gleich. Glaube ich, kann auch 80 gewesen sein, ich weiß es nicht. Ja, das reicht 100 pro. Ich habe sonst auch noch Obsidian dabei. Es fehlen 34. Sicher hast du die Schränke durchgeguckt? Ah, hier sind noch ein paar Stacks. Ja, sag ich ja. Ja, trotzdem. Dann mach aber lieber das normale Primär erstmal raus. Oder lieber brauchen wir das erstmal zuerst auf. Wenn er noch was braucht, dann würde ich mal kurz den Ding. Oh, Industrie. Dann mach die Industrie, ich schmelze mal. Oh, direkt hier einfach da, weil der Ding wieder leer. Ich gehe mal, ich gehe mal zu der Weihmann geschluckt. Wow, er wartet nicht. Ich gehe auch nicht rein, ich stelle mich in meinen Mund. Oh, bisschen doof. Ist das nicht der, der, hat Luis dich auch einen Flak-Helm gehabt? Wer ist er? Luis hat auch einen Flak-Helm, glaube ich. Ist das der von Luis, der alt ist, aber am besten. Ich habe aber Luis seine Sachen genommen. Zum Thema Helm. Ja, alles von mir, alles. Zum Thema Helm, Leute. Aber eigentlich steht da laut Lukas Angabe Luca zu. Was denn? Ein klappriger Sword-Helm. Warum lootest du das jetzt gerade schon wieder, Luis? Der wird sich vergammelt. Wenn wir jetzt ein Weihmann holen, dann muss ich sicher gehen, dass es nicht vergammelt, Luca. Willst du deinen Helm haben? Ja, gib her. Selbstlos von Luis. Ja, ich habe keinen, ich brauche ihn, ja. Ich habe nochmal 90 Metalle von ihm geholt. Ich glaube, die haben richtig Entgönnungen, die haben nur 15 gegeben, statt 30. Das lohnt es Metall, da lohnt es überhaupt nicht. Ja, besser als kein Metall. Ja, aber dann könnten wir vielleicht auch einfach einen Ahn so lange greenen, bis wir welche bekommen, die gescheite Dinge haben, die auch ausgeben, was wir brauchen. Also Stein zum Beispiel einfach. Green-Steuerung steigt ab. Letztendlich automatisch absteigen lassen. Ja, wir steigen sowieso ab, was da haben wir mit der Frage gezeigt. Ja, aber, wow. Nein. Was hat dieser Baum dir getan? War kein Geilo-Baum. Ja, und? Der hat da kein Recht zu leben, wenn er was. Jeder stand im Weg. Ich wollte dein Gesicht sehen. Okay. Ah, hilf, ich bin bei... Ich bin bei Luca aufgestiegen, das will ich nicht. Hm. So. Das war da was bei Rinder. Ja, Sekunde, ich hole noch meine Verstärkung. Ui. Und? Level 216, Drache. Oh. Immer gut. Langbetel auch Level 216. Oh. Nicht der Langbetel. Hier ist auch noch einer. Auf hin. 3900, what the fuck? Und habt ihr Eier gefunden? Ja, da war ein Ei. Warte, ich muss mal zurückgehen. Ich hätte gesagt, das ist 216. Das hier ist leer. 24, ui. Das kann doch nicht wahr sein. Das hier ist auch leer. Das hier ist auch leer. Sind die immer leer? Au, die sind immer so verdammt enttäuschend. Ich hab lang gesagt, wir müssen die 120er nehmen. Nee. Aber ich meine, die sind 216er, ne? Ja, man muss halt das Glück haben, dass gerade der das Ei gelegt hat. Aber irgendwie die hohen Legen nie Eier hergefühlt. Ja, ja. Das ist nicht zu fein, ne? Also wieder raus? Da müssen wir später wieder vorbeischauen. Es fliggert mich langsam ein bisschen, muss ich sagen. Hä? LOL. Da steht Geilo und Droh, da steht Stein, Axt, Steinschreuder, Stein, Axt, Steinspitzeige. Was? The fuck? Wenn ich auf dein Viech gucke, stand das gerade da. Nein, da war ich eigentlich ein Rucksack-Ding. Ah ja, das kann sein. Ach, von der Viren, ne? Gut, meine Viech haben es noch reingeschafft. Damit habe ich nicht gerechnet. So, dann breede ich jetzt mal mein Ankylo irgendwo, wo es nicht so heiß ist. Ich bin ein Schillow, man. Hier pennt's heute, Hello, man. Hilfe. 180er, wenn ich 180er penne hier. Äh, Lennart, Hilfe, hallo, ich bin Buck. Ich bin Buck. Ich bin Buck. Ich bin Buck. Bucker. Ich bau das Ding ab, er bau das Ding ab. Bist du frei? Das ist mal ein Bucker. Wir sind jetzt wach, die Shadowmans. Oh no. Oh, die sind 180er sogar. Oh ja, ich liebe es. Ja, ja, so. Ich will sich auf dem Gamewechsel werden. So gehört sich das, schön gemobbt. Bei uns in der Base greift auch ein Shadowman an. Der wird aber gerade von den Geschützen vergewaltigt. Wiei. Wie das hat lang. Weil das so drei Geschüsse sind. So tatadadadadadadam. Die waren dann so richtig schön an dem Rhythmus. Musik in meinen Ohren. Ach, Junge. Also so schön, diese Demorfer zu sehen, wie die hier so friedlich inlang fliegen und dann aber so weggefetzt werden. Ja, aber die sind ja nicht friedlich. Doch, die sind neutral. Ne, die greifen mich immer an. Wenn du nicht greift, ja. Nein, ich hab die nie angegriffen. Nein, ich fand die Lüge nicht. Die haben sich immer bis reingestellt, da kann ich nix für. Ja, ist aber echt so, das waren die aber. Die wollen das. Die wollen provoziert werden. Die Bärenfäller sind übrigens fertig. Sehr schön. Also keine Grunds mehr. Doch, Walter, das war übrigens nur wenig. Max, die Stacks nicht gelügend. Junge, wir müssen nur einen Applaus für den kreativsten Damen kriegen für diesen Käfer Quotty. Ja, jetzt ist es wohl nebenan, ich lehle. Ja, neues Level. Ja, Luca, ich will Chemie-Labor. Genau. Was kostet das? Einiges, bestimmt. Ja, da geh ich auch mal raus. Ähm, Chemie. 250 Polymer. 250 Elektronik. Ja, Elektronik ist kein Problem, Polymer ist das Problem. Ich ex-mal 66er Weibern-Ei. Nein, Luis. Kannst du sagen, Weibern-Ei zu pressen? Wir können eigentlich jetzt schon mal reingucken, vielleicht. Vielleicht, wenn da schon was da ist, aber... Und da ist ja... Ja, das ist kein geilen Eis geworden, das ist doch wirklich dumm. Wir haben schon mindestens so sieben über 200er gesehen und wir haben nie ein Ei gehabt. 100? Und wir haben auch schon ein paar Mal, wo er halt männlich-unweiblich da war. Ich glaube, das muss nicht mal sein, dass der männlich-unweiblich als Pro-Level sein muss. Das ist ein Ei, vor dem es raus kann und der Wahrscheinlichkeit sein, wenn er da ist. Eine Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich. Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist eine Wahrscheinlichkeit. Und wir könnten auch mal Magma-Sau holen. Ja, du brauchst nicht, dass du in die Lava fällst, beim Tamen. Den kannst du über die Lava dann. Vielleicht kann auch nur die in die Lava, vielleicht ja du nicht. Äh, weibliche 126er Snowhole. 162? Ja, das ist ein Eulen. Ja doch, das ist akzeptabel. Ja. Auf, auf. Ja, müsst ihr jetzt mal machen, ich bau grad was um. Wow, Luke in der volle Sack. Kann ich da jetzt gar nicht halten. Ich bin auch gerade ein bisschen beschäftigt. Ja, Marc, ich hab'n. Ja, mach's allein. Wir können mit dem Schäfer. Genau, du sagst. Ja, ich hab'n Bock. Äh, das sind sogar zwei Eulen, Marc. Einmal 162, einmal 168 beide weiblich. Nachts. Noch besser. Aber wir brauchen nur eine. Das stimmt. Aber falls wir die eine verlieren, beim selten Prozess. Äh, ja, beide ähnliche Stits. Weil wir unfähig sind. Und jetzt sind auch 162er Männlichen. Auf einmal sind ja alle da von denen. Bin vor fünf Minuten da, da war nur Gammelscheiße. Ja, leider weißt du wie die Trap geht. Äh, ne. Das ist Lukas Konstruktion. Wolltest du, dass ich wieder gefunden hab? In deinen Mykos. Nein. 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 Ich versuche die Olle wieder ein bisschen nach unten zu locken. Scheiße. Ich sehe, dass die vier Tage immer so, wenn irgendwo was gestorben ist. Hilfe. Du machst das großartig los. Ich kann jetzt schon nicht mehr ohne die Arbeit umlaufen. Hilfe. Also es ist nicht so einfach. Wir müssen das Männchen eigentlich umbringen. Ja, ich wollte nur das Weibchen herholen. Warte, ich versuche das Männchen anzugreifen. Dass ich mal trennen würde. Aha. Die Zutaten Damage sind halt durchgehend. Männchen ist gelandet. Ja, die sind halt beide beieinander. Der Penic zum Männchen dann landet und dann bringen wir den um. Okay, warte, 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 warte. Passt jetzt das Männchen. Bring ich halt die Frau? Ja. Ja. Ja, dann bringst du vielleicht das Snowball mit. Äh. Ich hab... Ja, ich mag, du bist so dumm. Ja, geh weg, Mama, mach die unsichtbar, mach die unsichtbar. Ich hab Männlich gelesen. Hast du deine umgebracht? Ja, ich hab Männlich gelesen, deswegen... Es war ein bisschen... So... Frank. Seh, ich wollte mitbringen. Ja. Hier ist ein Schnee oder die irgendwie... Also... Es hat drum rum gelaggt irgendwie. Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss sie enttäuschen. Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Marc hat's nicht geschafft, auf das richtige Viech zu schauen. Jetzt hat's nur noch 800 HP. Warum ist die denn sauer auf? Ich verstehe überhaupt nicht. Ja, Locke macht... Ja, das ist halt dein... Wunderbar ist, dein Dino. Und wenn der die umbringt, dann... Sind die Dino nur die beschissensten Viecher, die wir hier hatten. Stell ihn mal lieber auf Passiv. Nur für den Fall der Fälle. Wo ist die Eule, Marc? Da oben. Ich kann mich lieber von ihr entfernt. Damit sie durch andere Viecher stirbt. Sehr schlau. Ich mach mein Viecher auch lieber auf Passiv. Da oben sind halt 10 wie ein Schwein, ja. Aber momentan kämpfst du gegen gar nichts. Doch, die kämpft gegen die hier Viecher. Nein, trotzdem nicht. Oder? Kämpfst du gegen Pachi? Junge, ich hätte kurz Angst. Aber das ist nun eh ein Agentar, was? Mann, hör auf mich zu hauen, Schatzviech. Du kannst dich unsichtbar machen. Versuch sie zu base zu locken, Marc. Versuch sie zu base zu locken. Ich bin stuck in einem Baum. Die hat nur noch 760 HP. Ja, perfekt. 750. Marc, du kannst dich unsichtbar machen mit einem Knopfdruck. Ab ich und dann hast du mich gehauen und dann wurde ich wieder sichtbar. Na du weg. Na gut, die ist tot. Nein. Nein, nein, stopp. Ja, leck sie weg dir. Sonst zu den Megaloden und dann ist sie weg. Die greifen doch keinen Fisch an. Doch, die ist wahnsinnig. Das sind Eulen. Die greifen alles an. Bitch! Du hast gebrochen, motherfucker. Wie fühlt es sich? Es fühlt sich gut, oder? Es fühlt sich gut, oder? All das juicy hier? Äh, wir könnten sie ins Haus locken. Um die Tür zu machen. Ja. Wir brauchen Lukas Trap nicht. Da sind noch 4 Hawks drin, glaube ich. Aber das ist egal. Ja, gleich nicht mehr. Ist egal. Und mein... Ich glaube da sind noch noch Glow-Fächer drin. Ja, dann macht er davon raus. Hier ist noch eine High-Level-Eule gespawnt. Langsam wird's frech. So ewig lang. Nichts auf einmal drei Stück. Leonard, wo bist du mit der Eule? Geht zum Haus. Ja, ich seh's. Warte, ich schau, ob die... Ist da ein Viecher auf... Warte, ich stelle schnell ein Viecher um. Sonst wird das ein sehr kurzes Unterfangen. Sie ist nicht drin, oder? Nee. Pflicht. Halten. Passiv. Sie greift ein Viecher an. Nein, 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 nein. Sie kriegt damage, die kriegt damage. Hm. Eine Temporelösung. Deine Müs ist neutral, ne? Ja, ich hab den... Ich hab ihn auf Passiv gestellt. Ist auch egal, wenn das stirbt. Ja, und die Shadow-Men sind halt... Gefahr. Komm rein da, oder? Rein da. Ich muss reingehen, sonst geh ich sie nicht rein. So. Ja, aber nein. Du musst hinterher gehen, um die Tür zu machen. Ah, nein. Hier sind noch zwei von diesen... Bleibst du den Dino-Nychus an? Ist mir egal. Wir können... Ah, wir haben... Vielleicht könnt ihr auf den Rücken gehen, wenn ihr noch Platz habt. Sonst ist es egal. Wir können auch den Dino-Nychus reinstellen. Vielleicht greift ihr dann den an. Wie schießt man... Braucht ihr mich jetzt noch? Ja. Noch haben wir die Eule nicht. Insofern... Hier die Hilfe gern gesehen. Wir haben halt nur die Teile... Wir haben die Teile halt für die Trap-Rot nicht mehr, aber ich hab das Zeug alles gebaut. Wir haben ja schon unser Strat hier theoretisch. Nein! Nein! Random Dino-Nychus. Den ich vorhin wieder gefunden hab, erstaunlicherweise. Jetzt, jetzt. Ja, ja, ja. Nein! Ein Stück niedriger! Warum ist sie so dumm? Oh ja. Nein. Nein. Hallo? Willst du reinkommen? Komm doch rein! In die schöne Stube. Ist stuck im Haus. Im Flur. Also... Also... Ich schieße auch mal rein. Würde dann am Ende wegfliegen wollen. Ja, Lennart, komm mal her. Mhm. Je mehr jetzt gleichzeitig draufbleibst du... Scheiße. Ja, das ist dann wirklich nervig. Ja, ja. Hilfe, Marc. Dahinter her. Ja, in diesem... Wenn wir die jetzt betäuben, dann ist sie garantiert weg. Vielleicht fliegst du Heilige Insel? Ja, Heilige Insel. Heilige Insel. Ja, ja. Immer schön weiter. Nein! Nein, 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 es tritt ab. Nein, 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 nein. Hallo? Haha. Die fliegt wieder zurück. Wohin zurück? Die prankt uns. Ja, wo ist sie? Sie fliegt jetzt gerade ins Meer rein. Ich könnte ja auch nicht abschießen. Ja, im Meer können wir das tatsächlich nicht. Ja, auch, weil ich heute brauch's. Auf die Insel sollte es ja auch nicht gehen. Ja, was soll ich mal machen? Hallo! Nicht da lang. Nein, nein, nein. Weg. Weg. Nein! Also wenn sie da drüber geht, ist halt... Da haben wir so safe verloren. Deswegen brauchen wir übrigens eine Trap. Los. Ja, du hast auch mit drauf geschossen. Ja. 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 Ja, ja, der ist jetzt gelandet. Nein, jetzt nicht mehr. Luca, Hilfe. Die Leute kommen auf die, auf die Insel, die... Die Todesinsel? Ja. Ah, scheiße. Oh, das ist sehr nah an Lava. Da möchte ich nicht lang. Kannst du die nicht in der Luft freezen, dass sie auf dem Boden fällt? Oh, ich seit einer halben Stunde. Ich möchte das irgendwie nicht. Ach, das versuchst du. Ja, das meinst du, warum ich die ganze Zeit gefroren auf dem Boden falle? Weiß ich nicht. Du bist aber verwirrt im Kopf. Du greifst mich an. Mach doch irgendwas. Ja, ich schieß doch schon. Dann sind sie wieder weg. Das war nicht das, was ich meint, was du machen würdest. Sondern? Weiß ich nicht. Falle dauernd. Merkst du selber? War so ein Scheißviech. Sehen wir die Eule einfach als verloren an? Nein, 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 nein. Ich muss wirklich jetzt bitte einfach landen. Am besten aber nicht in der Lava und nicht beim Velo. Ja, wir könnten die Strat versuchen. Du frierst ein und wir ballern drauf. Ich krieg da richtig wenig Torpo, wenn ihr die einfriert. Aber egal. Musst du auch freezen. Das ist nicht von der Strat. Für einen Schaden. Ist egal, der Damage ist. Ja, das Torpo geht auch fast nicht hoch. Ja, wenn der Damage niedrig ist, ist das Torpo auch nicht. Nur 20 Torpo pro Schuss. Naja. Wir finischen die jetzt einfach. Ja, wie? Die rennen gleich wieder weg. Schuss! Wir müssen es anders machen. Schuss, jetzt! Wir sind jetzt auf dem gleichen Punkt wie vorhin. Danke, Herr. Damit es nichts gebracht wird. Können wir sie wieder eine Stunde lang verfolgen. Ja. Ich will endlich K.O. kriegen. Damit wir endlich dann auch die Weihe uns nochmal nachschleichen. Entschuldigung, das ist ein Trapp. Los, ihr habt dich gefroren. Gehst du am Boden. Schieß doch drauf. Ja. Bringt nichts, Marc. Ich hoffe, wir haben die fast. Ja, es ist bei 6k. Ja. Ja, wir können es mit der Strat. Ja, wenn die hier K.O. geht, haben wir halt Probleme. Ja. Ich flieg gleich in Gottmutter hoch und schlag dir aber K.O. Ich bin auch kein Schuss, ich schlag dir einfach. Es ist auch einfach seit 5 Stunden tempting, aber ich mach's nicht. Es ist nicht cheaten, wenn ich es versuchen muss. Wenn ich so K.O. schlag. Ich will einfach nur umbringen jetzt noch. Ich warte einfach mal wieder hier am Stand, Marc. Ich hab's gefroren, ich hab's gefroren. Warte, wenn es nichts mehr gefallen ist. Gefroren. Nein, sie steht am Stand, sie steht am Stand unten. Erst klätter dich schießen. Ja. Drei, zwei, eins. Ich hab schon... Wir haben sie. Ihr ist so easy. Wir haben so einen Megalodon aus dem Wasser gehüpft. Wir wollen gehen so schnell. Oh, ist das schön. Wir haben dabei insta meine Krillkopse. Ah. Es ist verbracht. Ja, lass direkt zurück dp. Äh, ich mach direkt dp. Äh, ich mach direkt echt noch, äh, zu den Vivern, oder? Wenn Frau in der Gadschleon kam. Ja. Ich mach direkt zum Vorscher. Ja. Ich mach. Ich mach direkt hin. Literatur profit. Wir machen wieder hier.